Hallo, herzlich willkommen im Bandcamp von My Inner Circle. Wir sind gerade in Dänemark und ich zeige euch jetzt mal, wo wir hier eigentlich gerade so rumhängen, eine ganze Woche lang. Da ist schon mal unser Haus, mitten im Nirgendwo quasi, aber es ist traumhaft schön hier, weil wir haben ganz viel Ruhe. Und wir schließen uns jetzt hier seit einer Woche ein und arbeiten an neuen Songs. Und jetzt zeigen wir euch mal unser Reich. Mit diesem Gerät sind wir hier angereist und mit einem Auto natürlich, mit dem Unsinn-Trailer, ganz großartig. Da passt der ganze Proberaum rein quasi, inklusive 6 Kisten Bier. Darf man nicht vergessen. Von drin hat man schon Musik. Rein spazieren! Untertitelung des ZDF, 2020 Auf Futterjagd. Hier. Royal Beer. Guck mal. Nuggets, männlich und frittend. So, jetzt geht's zum Meer. Wer braucht schon Berge? Creative Work ist hier am Start. Was ist da los, Olli? Ich muss gerade meinen Kopf sortieren. Was sagst du dazu, Lea? Ich bin gespannt, was er jetzt einspielen will. Er will irgendwie ein Gitarren-Zubau einspielen. Nein, wirklich? Das ist ja verrückt. Das wird er schon gut machen, glaube ich. Und was sagt Adi dazu? Alles klar. Morgen, also Frühstück ist jetzt vorbei. Wir schreiben es irgendwelche Uhrzeiten mitteleuropäischer Zeit. Und was lustiger daran ist, alle gehen sich jetzt frisch machen, aber das hat er schon. Deshalb geht da erstmal eine Runde schaukeln. Also das ist unser Gelände hier. Ein schöner kleiner Garten, ein schönes kleines Heuchchen. Also es sieht sehr stabil aus. Der Olli testet das gerade nochmal. Wenn es zusammenbricht, dann war vorher auch jetzt für den Kamin. So, es wird gekocht. Mehl! Was machst du denn, Norbert? Teig! 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 Pizza-Teig! Norbert, du warst ja fleißig. Nein. Was hast du mit dem Teig gemacht? Ich habe ihn gestreichelt. Gestreichelt? Ja, so. Geschichte vorgelesen. Und jetzt lecke ich ihn zu. Aber warum denn? Dass er gehen kann. So wie ich. Dass er mal so aussieht wie ich. Kücheltür! Zu! Warte, warte, warte. Guck hier. Scheiße! Ey, du hast das übelst krasse Muskeln hier. Oh, dann können wir nicht mal durch den Knochen. Auf die Gesundheit! Jawoll! Oh, zopfdief! Auf die Gesundheit! Ich hab keinen Zopf! Ich hab nichts! Ich hab keinen Zopf! Cheers, Betty! Ah, das war schön schön. Ja, herren, du wartest. Ja, ich hab keinen Zupf. Ja, ich hab einen Zupf, ich hab keinen Zupf! Ich hab keinen Zupf. Hallo, Lea! Hallo! Seulüt! Was ist meinst? Arrrghh! Hehehehe. Belehrt! Outro Outro